Es geht los. Oh, letztens zu sagen, da habe ich mich mit meinem Cousin getroffen. Wir haben über Rocket League geredet. Er hat mir erzählt, dass er jetzt irgendwie, ich glaube, Platin erreicht hatte. Und hat gefragt, was ich so bin. Ah, keine Ahnung, ich muss mal gucken, vielleicht so Silber oder so. Auf jeden Fall nicht ungerankt. Habe ich in den Videos nachgeguckt. In den Videos war ich einfach ungerankt. Das war ein bisschen... Das ändert sich einfach wieder neu, ne? Ja, das war trotzdem ein ziemlich blöder Moment. Es ist so todessicher, dass man auf jeden Fall gerankt ist und dann doch nicht. Dann wäre es eh Bronze gewesen. Das letzte Mal waren wir in Bronze. Jetzt haben wir ein Problem. Ne, haben wir nicht. Was? Soll ich doch, haben wir nicht. Ah, schade. Jetzt haben wir ein Problem. Hast du gemacht? Ne, haben wir nicht. Beinahe, beinahe. Beinahe. Wir sind bei einem Kostruckel von 8. Ja, ich hab da... Falsche Drehung vollzogen. Und los geht's. Ha! Die Ehre ist wieder da. Entschuldigung. Sorry. Fuck. Das ist mein Verlies. Was? Wo ist der Ball? Dahinten. Hinten! Ich dachte, du hättest die Ballkamera. Ja, aber nicht, wenn der so... Wenn da die Rauchhocke dazwischen ist. Das ist dann ein bisschen beschissen. Nein. Kac erwischt. Fuck! Boah, dieses Pac-Man-Gedoodle, das geht mir voll auf den Sack. Ähm... Warte, was machst du? Was machst du? Warte. Das ist wohl ein Problem. Kriegst du das mit den Typen weg, oder was? Ja, das mit den Typen war das Problem. Scheiße. Ich. Jo. Ich komme hinterher. Du musst. Ja. Du musst dich schon wegbecken. Das ist mir bewusst. Du hast noch mal schöne... Schön dich gedreht. Bitte? Ja, aber du hast dich noch mal schön gedreht in der Luft. Ja, du hast mich angekommen. Ich mach. Ich mach. Ja. Weil du dich einfach so in der Luft gedreht hast. Kacke. Das war eine scheiß Spirale. Gut, dass du da standst. Alter. Ich weiß nicht. Ähm. Wir spielen übrigens, ne? Ich weiß. Und du sagst, du hättest die Erde wieder hergestellt. Ja, mit dem Ballkontakt. Ja, ja. Ja, ja. Schön. Schön. Hat's schön gemacht. Alter, nach vorne. Okay. Ich brauch den Boost. Ich hab nix. Ja, kein Problem. Ich hab auch nix. Schön. Ich brauch genau acht Schemus. Wie viel hattest du? Ich hatte null. Ich brauch genau achtzehn. Für dieses Tor jetzt. So. My TM? Ähm. Ja. Ja, bin ich doch. Nein. Nein. Oh, 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 fuck. Den krieg ich jetzt auch nicht. Nein. Nein. Ich stande nur schon zu schlechten Winkel dafür. So, ich bin wieder nach vorne gespielt. Krieg ich ihn hoffentlich. Ah, leider noch ein bisschen. Alter. Was für Leute in mir heute? Ich treff den gar nicht. Scheiße. Ich weiß nicht, was los ist. Sorry, go. Sorry, go. Was machst du denn? Ich fiel gegen drei Leute. Es tut mir leid. Sorry. Das war noch schön gesehen. Einfach erst mal zur Seite wegdrücken. Und da startet gerade mein Cousin auch noch. Die Klicke sehe ich gerade. Was ist dein Cousin? Ich habe gerade auch noch die Klicke starten. Okay. Die spielt. Also, was soll ich mit denen mal aufnehmen? Ich erspare mir jeden Kommentar dazu. Lass uns auch einen Kommentar dazu. Ich wollte den Ball wegkicken, aber der ist wieder mal schneller. Komm, mach mir deine Ehre. Ja, so sieht es aus. Alter, ich treffe einen Scheiß heute. Oh Mann, ey. Und sofort weiterkommen. Sofort da weg. Oh, guck, da ist ein Rang. Silver 1, Liga 2. Oh, siehst du. Oh, siehst du. Ist doch Silber. Bitte? Bist du doch Silber als solche. Ja, aber im letzten, als wir darüber gesprochen haben, hatte ich keinen Rang. Und weiter geht's. Ach, warte. Wer fährt? Du. Okay. Oh, siehst du. Nein. Nein. Chris, kommst du dran? Scheiße. Ja, aber der Typ hat abgehört. Der war zu scheiße gespielt in die Mitte. Fuck. Nice. Nice. So, wenn du jetzt die ganze Zeit so spielen könntest, dann ist deine Ehre wieder halbwegs. Halb. Dergestell. Du oder ich? Du bist vor mir. Okay. Er ist dabei in Kontakt. Das sieht schon mal hier sehr gut aus. Was auch immer da jetzt gerade passiert ist. Er hat ihn kaputt gemacht. Oh, der war nicht so übel getroffen. Da komm ich. Ich bringe... ...ein bisschen in die Mitte. Ah, nee, 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 nee. Ich bringe den anderen eventuell auch noch treffen können. Scheiße. Ich bin noch in der Luft. Schön. Nein. Sorry. Ja, ich... ...zettet mir beide Ballkamera an. Siehst du, wie kack die Ballkamera ist, ne? Die war gut. Aber du hast mich weggekickt. Nein, die beide hatten die Ballkamera an. Das war das Scheiße. Aber du hast mich da weggekickt in dem Moment. Ja. Weil wir beide die Ballkamera hatten und uns nicht gesehen haben. Das weiß ich doch. Deswegen ist die Kamera hin und wieder auch mal schlecht. Wenn wir beide Leute die haben. Wenn wir beide drin sind, dann ja. Ja, auch wenn... Ah! Generell? Generell ist die gut. Sonst hätte ich den Ball gar nicht... ...wär ich gar nicht drauf klargekommen auf den Ball. Natürlich! Nein! Weil ich zu selten damit spiele. Dafür hast du doch den Ball. Ich komme lieber mit dieser... ...mit dieser Perspektive klar. Aber da siehst du nicht, wo du hinfährst. Das ist aber nur, wo der Ball ist. Ja, das ist doch scheißegal, wo ich hinfahre. Nein, wenn du mich wegkrammst! Ja, woher soll ich denn wissen, dass du da bist? Du hast mich selber nicht gesehen. Scheiße. Das meine ich doch gerade eben. Wenn wir nicht die Ballkamera haben. Dann hätte ich ihn reingepf... Dann hätte ich ihn treffen können. Weil du mich ja... Ich meine doch nicht nur diese Situation. Ich meine doch allgemein. So. Tick allgemein. Haben uns das schon zu oft getroffen, deswegen. Nein, das ist doch... Das passiert sehr selten. Sehr selten. Ja, ja. Du hast freie Bahn, du hast freie Bahn. Jetzt nicht mehr. Ja, ich hätte nichts Boost. Oh, das ist doch nicht so gut. Okay. Der ist so... Äh, äh... Oh nein, da kommt einer. Geflogen. Ah. Vorsicht, bei kommt das Tor wahrscheinlich. Fuck. Sorry. Mann. Also ich treffe jeden Ball an der Seite, ne? Aber... Ja, wenn der Ball so draufkommt... Immer bei uns. Zentraler sind drauf. Ich. Okay. Schönes Anstoßtor. Das ist auch ein Ding. Man muss nicht immer direkt auf Ballkontakt gehen, sondern eher drauf gehen, dass man den als zweites berührt. Beikontakt wird nicht immer was. Warte, ich, ich, ich. Ah, sorry, okay. Ah. Ah, fuck. Der ist noch heiß. Nein! Der andere war schneller als ich. Okay, der ist drin. Oh, Mann. Das ist aber ein interessantes Match trotzdem. Ich fahr. Voll interessant. Schnell. Ja, super. Äh, ich fahr. Pressbar, komm ich da ja. Okay. Okay. Ich stehe mittig bereit. Ah, schade. Warte. Okay. Ich dachte, du stehst. Ah. Ich kann noch nachsetzen. Ersten Versuch. Ja, dann kann ich noch nachsetzen. Das darf für mich in dem Winkel so aussehen, wenn du nicht mal reinkommen könnt. Würdest... Gut. Eine Sekunde. Du kannst. Bitte nochmal so eine Aktion wie vorhin. Du darfst nur den Boden nicht treffen. Oh, fuck. So, jetzt. Sitz nach, sitz nach, sitz nach, sitz nach. Ah, nein. Trotzdem schönes Spiel. So schön. Schon wieder eine Kiste. Giga runter, Silber 1. Nein. Gut. Dann, äh. Nächstes Spiel. Wird gesucht. Ich will mal kurz was zu trinken. Oh, okay. Beeil dich, bevor es losgeht. Drei, zwei, eins. Beeil dich. Champions Field. Bei Nacht. Naja, ich würde eher sagen, Abend. Chris, bist du da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, er ist da. Natürlich bin ich da. Habe ich sofort einen Boost gehört, dass du da bist. Das geht hier gerade ab. Ich mach den, ich mach den, ich mach den, ich mach den, ich mach den. Boah. Boah. Jetzt ist mich fast wieder weggestitzt. Du brauchst mich auch nicht abbrechen. Nein. Ich hab keinen Boost. Jetzt hab ich... Ich... Wolltest du widerstehen, ne? Ich hätte auch besser springen müssen, ne? Aber ich hab dich noch weggestitzt. So, ich fahre. Hast du den? Okay. Oh ja. Hast du, okay. Nein. Nice. Komm mal weiter. Geht doch. Hey. Ich bin hinter dir mit gutem Boost. Ah. Aber trotzdem scheiße gespielt von mir. Ja. Ja. Wieder ein Lovely-Header. Nein. Bin zu weit hinten. Nein. No, 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 no. Ging nicht. War an der Drehung. Und da, warte. Da war ich in der Bremse mit der Drehung drin. Hätte ich früher gewusst, der früher aufs Tor geht, dann hätte ich das hinbekommen. Du? Und sowas nennt sich ja jemand, der eine Ballkamera benutzt, ne? Fuck. Voll alle. Und der Schmack ist daneben. Ich bleib hier, ohne Boost aber. Wuhu, fuck ein kleines bisschen zu früh. Wieder abgelockt. Bin am Tor bei uns. Ich komme nach. Ah, fuck. Keine Chance. Manchmal musst du ein bisschen nicht, sobald der Ball immer noch vorne ist, darfst du nicht einfach nach hinten zu uns gehen. Ich war zu weit hinten schon. Ja. Das war die Frage. Wenn ich jetzt schon hinten bin, dann bleib ich erstmal hinten. Ja, warum gehst du auch hinten hin? Das war doch meine Aussage. Wenn wir den Ball verloren hatten. Nein, ich hatte den Ball immer noch. Die haben den Ball noch nicht gespielt. Der war immer noch, äh... Also, ich hatte den letzten Ballkontakt quasi, weil die konnten ihn nicht berühren. Zum einen. Komm, okay, den hast du. Mein Missing Goal! Schön. Auf der hole, wann wir den Sieg wieder hinkriegen? Ich gehe mal, okay. Ja. Gut. Okay. Okay. Ich gehe mal, wenn ich den Ballkontakt wie ein gyfer. Ich gehe mal, wenn wir den Ballkontakt wie ein siegeln, dann komm. Missed Nein! Kein Boost! Kein Boost! Improvisier! Ja, wie soll ich denn ohne Boost improvisieren? Wie soll das gehen? Springen! Ja, reicht trotzdem nicht aus! Oh, Mann! Heute ist es irgendwie so gar nicht, mein Tag. Geht so viel schief. Ach du? Vorsicht, beikommen! Es wird nicht besser. Hm. Warum auch immer. Hm. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! 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 Ciao!